Egal welches Outfit ich trage, diese Accessoires habe ich persönlich immer mit dabei. Erstens, ein Cardholder. Schlicht, kompakt und funktional. Große Portemonnaies sind schon lange out und sind auch einfach total unpraktisch. Wählt stattdessen einen hochwertigen Cardholder aus, lässt sich easy verstauen und sieht auch einfach classy aus. Zweitens, eine Uhr. Klassisch, stilvoll und elegant. Denkt dran, an dieser Stelle weniger ist mehr und die Uhr sollte natürlich auch zu eurem persönlichen Stil passen. Drittens, eine Sonnenbrille. Stylish, modisch und auffällig. Schützt euch nicht nur vor Sonne, sondern sieht auch einfach cool aus. Und mit einer Sonnenbrille kannst du im Outfit einfach nochmal das gewisse Etwas geben. Und viertens, ein Schlüsselanhänger. Kompakt, hochwertig und zeitlos. Meine Empfehlung, maximal 5-6 Schlüssel dran machen, alles andere hat eher so ein paar Hausmeister-Wipes. Am besten einen Schlüsselanhänger auswählen, der den Schlüsselbund ein bisschen aufwertet und von den Schlüsseln ablenkt.